Wer war's? Wer hat's geschlossen? Alp oder Kevin? Das ist mit uns so noch nicht oft passiert, dass ich das getan habe. Tobi, wie ist es passiert? Mir. Der Ball ist halt von außen reinkommen und einer geht's mit der Hacke leicht weiter. Und einer ist jetzt, als wäre er da gekommen.